Ja, ich würde sagen, dass wir die erste Halbzeit dominant waren, klar bester der Mannschaft, bisschen erwachsener gespielt, gute Chancen rausgespielt haben und in der ersten Halbzeit auch verdient geführt. In der zweiten Halbzeit durch die Wechsel ein bisschen schleifen lassen mit dem 3-0 im Brücken, bisschen gemütlicher geworden, aber letztendlich gut über die Bühne gebracht mit dem 4-1.